وَقُرْعَبِ زِدْنِي عِلْمَا Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, liebe Geschwister. Kommen wir heute zu einer weiteren Aussage, die über die Liebe handelt, zu Allah subhanahu wa ta'ala. So sagte Ibn al-Qayyim rahmatullahi wa ta'ala أَتْيَبُ الْعَيْشِ عَيْشُ الْمُحِبِّ الْوَاسِلِ الْمَحْبُوبِهِ Das heißt, das süßeste Leben ist das des Liebenden, der in enger Beziehung steht zu seinem Liebenden. Und das bitterste Leben ist das Leben desjenigen, zwischen ihm und seinem Geliebten besteht eine ständige Trennung. Und diese Worte finden wir sinngemäß wieder in der Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala in Surat wa Taha, als er sagte Und wer sich von meiner Ermahnung entfernt, der wird ein beengtes Leben leben. Ein beengtes Leben im Diesseits durch Depressionen, durch ständigen schlechten Gemütszustand Und dann im Jenseits, beziehungsweise im Grab und dann am Ende, in der Hölle wird ein beengtes, schmerzhaftes Leben führen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Worauf wir aber unbedingt achten müssen, ist die Aussage von ihm, das süßeste Leben ist das Leben desjenigen, der in enger Beziehung steht zu dem Geliebten. Das heißt zu Allah. Das heißt, man muss versuchen, ständigen Kontakt zu Allah subhanahu wa ta'ala zu haben. Wir reden hier nicht über die Pflichten, nein, der Liebende fährt fort, weiter freiwillige Taten zu verrichten, bis er dann tatsächlich dieses süße Leben mit Allah subhanahu wa ta'ala führt und dann auch tatsächlich im Herzen diese Süße verspürt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns so ein Leben gewahren. هذا Wallahu a'lam Walhamdulillahi Rabbil Alameen